Richard David Precht Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Kapitel 8 Wien Kein Herr im eigenen Haus, was ist mein Unterbewusstsein? Er war ein schwer zugänglicher Mensch. Er nahm Kokain, vernachlässigte seine Kinder, hatte ein fürchterliches Frauenbild, duldete von seinen Anhängern keinen Widerspruch und seine wissenschaftlichen Studien erwiesen sich im Nachhinein als alles Mögliche, nur nicht als wissenschaftlich. Und doch war er ein bedeutender Mensch, einer der einflussreichsten Denker aller Zeiten. Sigismund Schlomo Freud wurde 1856 in Freiberg in Meeren geboren, im damaligen Österreich und heutigen Tschechien. Sein Vater war ein jüdischer Wollhändler, der kurz nach der Geburt seines Sohnes bankrott ging. Als eines von acht Kindern wächst Sigismund in entsprechend ärmlichen Verhältnissen auf. Die Familie zieht erst nach Leipzig und kurze Zeit später nach Wien. Der älteste Sohn ist der Liebling seiner Mutter und er zeigt sich als ein hervorragender Schüler. Das Abitur legt er mit Auszeichnung ab. Im Herbst 1873 schreibt er sich an der Wiener Universität für Medizin ein. Freud untersucht die Hoden des Flussaals und wechselt an das Physiologische Institut der Wiener Universität, wo er 1881 zum Doktor der Medizin promoviert, und zwar über das Rückenmark niederer Fischarten. Doch er kann nicht länger an der Universität bleiben. Seine Finanzen lassen es nicht zu. Schweren Herzens sucht er sich eine Stelle am Wiener Allgemeinen Krankenhaus, wo er drei Jahre bleibt. Als Sekundararzt des bedeutenden Hirnanatomen Theodor Meinert untersucht er weiterhin die Gehirne von Fischen, vor allem das des Neuen Auges. In diese Zeit fallen auch seine umfangreichen Selbstexperimente mit Kokain, von dem er annimmt, dass es sich gegen hysterische Nervenleiden einsetzen lässt. Der ehrgeizige Nachwuchswissenschaftler will sich einen Namen machen und veröffentlicht fünf Arbeiten über Kokain, ohne Erfolg. Auch der Versuch, einen morphiumsüchtigen Freund mit Kokain zu heilen, misslingt, was Freud, der sich nun Sigmund nennt, in seinen Schriften sorgsam verschweigt. Voller Selbstbewusstsein bricht er 1885 zu einer Studienreise nach Paris auf. In einem Brief schreibt er, oh, wie schön wird das sein. Ich komme dann mit einem großen, großen Nimbus nach Wien zurück und ich kuriere alle unheilbaren Nervenkrankheiten. In Paris trifft Freud Jean-Marie Jacot, den Napoleon der Hysteriker, den führenden Mann auf dem Gebiet der Nervenkrankheiten. Er öffnet Freud die Augen für die nicht physiologischen, sondern psychologischen Ursachen vieler geistiger Störungen und weist ihn in die Kunst der Hypnose und der Suggestion ein. Nach seiner Rückkehr lässt sich Freud in der Rathausgasse in Wien als Nervenarzt nieder. Gleichzeitig leitet er die neurologische Abteilung im ersten öffentlichen Kinderkrankeninstitut. Er heiratet Martha Bernay aus einer angesehenen Rabbiner- und Gelehrtenfamilie, die sechs Kinder zur Welt bringt. Doch Freud ist alles andere als ein barmherziger, liebevoller Vater, sondern er zeigt sich den Kindern gegenüber, meistens unnahbar. Zu Anfang der 90er Jahre beschäftigt sich der 35-Jährige noch einmal intensiv mit der Anatomie des Gehirns. Er schreibt einen Aufsatz über Sprachstörungen infolge von Hirnerkrankungen und er erkennt, welche ungeheure Zukunft die Hirnforschung haben wird, um viele Rätsel des Geistes zu lösen. Doch sein Entwurf einer Psychologie 1895, der Versuch, den seelischen Apparat mit Hilfe von Ramon Igachals brandneuer Neuronenlehre zu erklären, bleibt in der Schublade. Für Freuds gewaltigen Anspruch, Nervenkrankheiten zu heilen und psychische Störungen zu beheben, ist die Hirnforschung noch lange nicht weit genug. Zu abstrakt und zu allgemein sind Ramon Igachals neue Einsichten in die Funktion und das Zusammenwirken der Nervenzellen im Gehirn. Ramon Igachal legt sich die Gehirne von Leichen in Madrid auf den Seziertisch, um seine rationale Psychologie zu begründen. Freud dagegen wählt eine andere Praxis. Er legt sich von nun an seine lebenden Studienobjekte in Wien auf die Couch, um ihre Gehirne zu erforschen, und er begründet eine neue Wissenschaft, die Psychoanalyse. 1889 hatte er Hippolyte Bernheim in Nancy besucht, der Versuche mit der sogenannten posthypnotischen Suggestion durchführt. Freud schloss daraus, dass es ein Unbewusstes geben müsse, welches verantwortlich für einen Großteil menschlicher Handlungen ist. Der Begriff des Unbewussten war nicht neu. Schon 1869 hatte der junge Philosoph Eduard von Hartmann eine Philosophie des Unbewussten geschrieben. Ein ziemlich unausgegorenes Buch, das stark von Schopenhauer inspiriert war. Vergleiche, kann ich wollen, was ich will? Das Werk war ein Bestseller, der vieles zusammengoss, was den materialistischen Philosophen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts an der Vernunftphilosophie Kants, Fichtes und Hegels nicht gefielen. Nietzsche, der die gleichen Gegner von ähnlicher Position aus kritisierte, regte sich darüber fürchterlich auf, vor allem deshalb, weil der weit weniger scharfsinnige Hartmann viel mehr Erfolg hatte als er selbst. Aber auch Hartmann hatte das Unbewusste nicht erfunden. Bereits der Arzt und Naturforscher Karl Gustav Karus, ein Freund Goethes, hatte 1846 in seinem Buch Psyche zur Entwicklungsgeschichte der Seele vom Unbewussten und auch vom Unbewusstsein gesprochen, als Region der ursprünglichsten Seelenregungen. Was Freud von seinen Vorgängen unterschied, war der sehr ernsthafte Versuch, dieses Unbewusste systematisch zu erforschen. Er hatte eine ungefähre Vorstellung davon, wo es im Gehirn anzusiedeln war, in den subkortikalen Zentren des Endhirns und dem Hirnstamm. Soweit war sein Lehrer Meinert mit der Anatomie des Gehirns immerhin gekommen, aber mit den Mitteln der Hirnforschung ist dem Unbewussten in den 90er-Jahren des 19. Jahrhunderts nicht beizukommen. 1891 zieht Freud innerhalb Wiens in die Berggasse 19 um, wo er 47 Jahre lang arbeitet und wohnt. Von Psychoanalyse spricht er erstmals im Jahr 1896. Er übernimmt den Begriff aus dem subtilen Ausforschungsverfahren des befreundeten Arztes Josef Breuer, der seine traumatisierte Patientin Bertha Pappenheim dazu motiviert hatte, ihre seelischen Verletzungen offen auszusprechen. Auch Freud erforscht in der Folgezeit sexueller Gewalterfahrungen seiner Patienten, bevorzugt von Frauen, indem er sie zum Reden bringt. Bei Männern diagnostiziert er ein frühkindliches sexuelles Verhalten gegenüber der Mutter, den von ihm sogenannten Oedipus-Komplex. Später baut er auf dieser und anderer Grundlagen eine häufig veränderte Trieblehre auf, die heftig umstritten ist und in ihren pauschalen Formulierungen heute keinen Bestand mehr hat. Zwischen 1899 und 1905 schreibt Freud vier Bücher über die Macht des Unbewussten, die seinen Ruhm begründen werden, über den Traum, über Fehlleistungen im Alltag, über den Witz und über die Sexualität. 1902 wird Freud außerordentlicher Titularprofessor an der Universität Wien und gründet die Psychologische Mittwochsgesellschaft, die Vorform der späteren Wiener Psychoanalytischen Vereinigung. Obwohl die meisten seiner Bücher sehr kontrovers diskutiert werden und die wissenschaftliche Anerkennung eher dürftig ausfällt, ist Freuds Selbstbewusstsein erstaunlich. 1917 stellt er seine Entschlüsselung des Unbewussten in eine Reihe mit den Theorien von Kopernikus und Darwin. Alle drei hätten sie die Menschheit gekränkt. Kopernikus hatte die Erde vom Mittelpunkt der Welt an den Rand gerückt. Darwin hatte die göttliche Natur des Menschen gegen eine Affennatur ersetzt. Und Freud habe dem Menschen gezeigt, dass er kein Herr im eigenen Haus ist, weil das Unbewusste viel dominanter sei als das Bewusste. Er legt sich darauf fest, dass etwa 90 Prozent der menschlichen Entscheidungen unbewusst motiviert sein. Um zu erklären, wie das Unbewusste das Bewusstsein kontrolliert, entwickelt Freud 1923 die Vorstellung von einer dreiteiligen Psyche. Danach bestimmen drei Instanzen das menschliche Seelenleben. Das Es, das Ich und das Über-Ich. Freud hält diese Dreiteilung für seine eigene Leistung, obwohl bereits Nietzsche alle drei Begriffe in ähnlicher Funktion benutzt hatte. Das Es entspricht dabei dem Unbewussten, dem triebhaften Element der menschlichen Psyche. Hunger, Sexualtrieb, Neid, Hass, Vertrauen, Liebe und so weiter bestimmen dieses Es. Sein Gegenspieler ist das Über-Ich. Es verkörpert die Normen, Ideale, Rollen, die Leid- und Weltbilder, die der Mensch durch seine Erziehung beigebracht bekommt. Dazwischen liegt das Ich, das eigentlich eine ziemlich arme Sau ist, zerrieben von übermächtigen Gegnern. Als Diener dreier Herren, des Es, des Über-Ich und der sozialen Umwelt versucht es, die Konflikte, die aus diesen entgegengesetzten Ansprüchen entspringen, beizulegen und zu harmonisieren. Aber es ist ziemlich schwach. Im Regelfall obsiegt das Es, das sich vom Ich nicht kontrollieren lässt, weil es sich dem Bewusstsein entzieht. Unbewusste Triebe und Prägungen aus der frühen Kindheit lassen sich nicht einsehen und damit auch nicht mit leichter Hand aufräumen. Freud hat dieses Modell vergleichsweise spät entwickelt und er hat es beileibe nicht allen seinen späteren Schriften zugrunde gelegt. Woran er aber in jedem Fall festhielt, war die Ansicht, dass die Hauptmotivation des menschlichen Verhaltens aus dem unbewussten Konflikt zwischen den triebhaften Impulsen und dem damit weitgehend überforderten Verstand entspringt. Eine Beobachtung, die er nicht nur auf den einzelnen Menschen, sondern auch auf die Triebdynamik der menschlichen Gesellschaft im Allgemeinen anwendet. Seine nachfolgenden kulturkritischen Bücher schreibt er zumeist unter großen körperlichen Schmerzen. In den 20er Jahren ist Freud ein internationaler Star, aber ein hartnäckiger Gaumenkrebs setzt ihm sehr zu und schränkt seine Flexibilität stark ein. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten werden Freuds Schriften verboten und verbrannt. Der Einmarsch der deutschen Truppen in Österreich im März 1938 zwingt ihn dazu, nach London zu emigrieren. Vier seiner fünf Schwestern bleiben in Wien zurück und werden von den Nationalsozialisten in Konzentrationslagern inhaftiert und ermordet. Am 23. September 1939 nimmt sich der todkranke Freud in London mit einer tödlichen Dosis Morphium das Leben. Was ist von seinen Theorien geblieben? Zunächst einmal ist es Freuds großer Verdienst, die Bedeutung der Gefühle, der psychischen Konflikte und des Unbewussten in den Mittelpunkt seiner Betrachtung des Menschen gestellt zu haben. Auch die von Breuer übernommene und von Freud ausgefeilte Form der Therapie hat als Methode bis heute weltweit Bestand, selbst wenn die Psychoanalyse mittlerweile in zahlreiche Strömungen und Schulen zerfällt, die sich mal mehr und mal weniger weit von Freud entfernt haben. Was seine wissenschaftliche Leistung zur Erforschung der menschlichen Psyche betrifft, hatte er in vielem einen ganz guten Riecher, aber eben auch nur das. Er bereiste die Psyche seiner Patienten wie ein Kartograf, der keine Schiffe zur Verfügung hat, um den Kontinent, von dem man ihm erzählt, auch tatsächlich zu sehen und zu vermessen. Und daraus resultierte auch seine Arroganz, denn mit seinen Methoden war niemand so weit gekommen wie er. Der Kontinent war das Unbewusste und er war der führende Mann. Doch seine Tage waren gezählt, was Freud durchaus bewusst war. Die Hirnforschung, die er einst verlassen hatte, weil sie ihm nicht weiterhelfen konnte, setzte ihre Segel und sie würde ihn überflügeln. Die Frage war nur, wie viele Umrisse, Flüsse, Berge und Inseln, die er in die Karte eingezeichnet hatte, bleiben würden. In seinem Buch über das Lustprinzip schrieb er für seine Verhältnisse überraschend selbstkritisch, dass natürlich erst die Biologie die Rätsel des Geistes endgültig würde lösen können, mit neuen, überraschenden Informationen, auch wenn diese unter Umständen so beschaffen sind, dass sie unser ganzes künstliches Gebäude von Hypothesen zum Einsturz bringen werden. Die Psychoanalyse ist keine Wissenschaft, sondern eine Methode. Ihre Annahmen lassen sich nicht wissenschaftlich überprüfen. Nach 30 Jahren nach Freuds Tod standen sich die Neurowissenschaften und die Psychoanalyse deshalb völlig unversöhnlich gegenüber. Die Psychoanalyse erlebte damals ihre Blüte und eine Hirnforschung in ihrer elektrophysiologischen Hochphase, die alles Seelische in Mikrometer und Millivolt übertrug, erschien Freuds Schülern und Enkeln ebenso abwegig wie einem Neurobiologen die naturwissenschaftlich unbedarfte psychoanalytische Kaffeesatzleserei. Erst heute, nach ihrem allgemeinen Triumph, wagen es manche Hirnforscher, Freuds Leistung wieder zu würdigen. Was Freud nur spekulieren konnte, ist für die Hirnforschung eine ziemlich klare Sache. Wenn man sich das Gehirn anschaut, so gibt es Hirnregionen, die für das Bewusstsein zuständig sind. Sie liegen, wie bereits erwähnt, im assoziativen Kortex und es gibt Regionen, die unbewusste Vorgänge erzeugen und speichern, nämlich der Hirnstamm, das Kleinhirn, der Thalamus und die subkortikalen Zentren des Endhirns. Das Bewusste und das Unbewusste lassen sich also anatomisch recht gut trennen. Trotzdem hat die Hirnforschung sehr lange einen großen Bogen um die Erforschung des Unbewussten gemacht. Auch für Neurobiologen ist das Unbewusste nämlich gar nicht so einfach zu beschreiben und zu erfassen. Unbewusste Vorgänge ereignen sich oft sehr schnell und sie sind, wie auch Freud wusste, sprachlich nicht mitteilbar, eben weil sie dem Menschen nicht bewusst sind. Also bleibt keine andere Wahl, als dass der Psychotherapeut sie aus dem Berichten zwischen den Sätzen herausliest und das Unbewusste enträtselt oder aber man schiebt einem Patienten in den Computertomographen und beobachtet, welche Reaktionen die für das Unbewusste zuständigen Gehirnregionen bei bestimmten Fragen oder Testaufgaben hervorrufen. Doch so einfach und übersichtlich es ist, die Gehirnregionen zu benennen, die für das Unbewusste zuständig sind, so verschieden kann dieses Unbewusste beschaffen sein. Unbewusst sind zum Beispiel Vorgänge, die unterschwellig erlebt werden, ohne dass wir es merken. Unsere Wahrnehmung ist voll von Eindrücken, derer wir uns gar nicht bewusst sind. Denn unsere Aufmerksamkeit kann sich nur auf einen Bruchteil dessen richten, was wir tatsächlich sehen, hören oder fühlen. Der Rest wandert ins Unterbewusstsein. Manches davon wird quasi heimlich gespeichert, anderes nicht, ohne dass wir dies kontrollieren können. Wir nehmen gezielt das wahr, was unserer aktuellen Aufgabe, unserem Ziel oder unseren Bedürfnissen entspricht. Wer Hunger hat, wird eher alles bemerken, was mit Essen oder Restaurants zu tun hat und wer sich als Tourist für Sehenswürdigkeiten interessiert, nimmt eine Stadt ganz anders wahr, als wenn er gerade einen Job sucht. Je stärker man sich dabei auf eine bestimmte Sache konzentriert, umso weniger bekommt man von anderen Dingen mit. Ein Problem, das man zum Beispiel von Unfällen kennt. Ist man auf der Straße gegen ein Verkehrsschild gerannt, hat man es augenscheinlich nicht gesehen. Und wie viele Menschen, die in einen Verkehrsunfall verwickelt sind, geben an, dass sie das andere Auto gar nicht bemerkt haben. Ist unsere Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Sache konzentriert, kümmert sich unser Gehirn oft gar nicht um andere Dinge, selbst wenn sie mitunter völlig abstrus sind und uns eigentlich auffallen müssten. Ein Beispiel dafür ist ein Film der Psychologen Daniel Simons von der Universität von Illinois in Urbana Champagne und Christopher Jabri von der Harvard Universität. Das berühmte Gorilla Kostümexperiment. Zwei Mannschaften von Ballspielern stehen sich gegenüber. Die eine ist weiß gekleidet und die andere schwarz. Beide Mannschaften werfen sich dem Ball in den eigenen Reihen zu, wobei der Ball immer einmal auf dem Boden aufspringt. Eine größere Gruppe von Testpersonen sieht sich den Film an. Ihre Aufgabe ist es, mitzuzählen, wie viele Male der Ball innerhalb der weißen Mannschaft aufspringt. Die meisten Testpersonen bewältigen die Aufgabe ohne Schwierigkeit und nennen die richtige Zahl. Der Versuchsleiter möchte aber noch etwas anderes wissen, nämlich, ob den Zuschauern irgendetwas Besonderes aufgefallen ist. Mehr als die Hälfte der Testpersonen hat nichts Besonderes bemerkt. Erst als sie den Film ein zweites Mal sehen, ohne sich auf das Zählen zu konzentrieren, merken sie zu ihrer Verblüffung, dass eine als Gorilla verkleidete Frau mitten durch das Bild schlappt, in der Mitte stehen bleibt und sich auf die Brust trommelt. Die größere Zahl der Zuschauer war so sehr mit dem Zählen befasst gewesen, dass ihnen der Gorilla zuvor überhaupt nicht aufgefallen war. Machten die Psychologen den gleichen Versuch, mit der Aufforderung, das Aufspringen des Balls in der schwarz gekleiderten Mannschaft zu zählen, war es nur ein Drittel der Testpersonen, die den Gorilla übersahen. Die verkleidete Frau sprang den Zuschauern der schwarzen Mannschaft deshalb eher ins Auge, weil das Gorilla Kostüm auch schwarz ist. Der Film ist ein sehr plakatives Beispiel dafür, wie unsere Aufmerksamkeit das, was wir wahrnehmen, filtert, ohne, dass wir uns dieses Filters in diesem Ausmaß bewusst sind. Unsere Aufmerksamkeit ist ein Scheinwerfer, der nur weniges beleuchtet. Der dunkle Rest wandert ins Unbewusste. Ein großer Teil unseres Unbewussten speist sich aus solchen unbeleuchteten Wahrnehmungen. Ein anderer, sehr bedeutender Teil besteht aus unseren Erlebnissen im Mutterleib und in den ersten drei Lebensjahren. In dieser Zeit nehmen wir vieles sehr intensiv war, aber unser assoziativer Kortex ist noch nicht so ausgereift, dass er diese Erlebnisse so speichern kann, dass sie uns als bewusste Erlebnisse zur Verfügung stehen. Etwa zwei Drittel unserer Persönlichkeit reifen auf diese Weise heran, ohne, dass wir uns später daran erinnern und die genauen Umstände reflektieren können. Neben den tagtäglichen unbewussten Wahrnehmungen und dem zutiefst verborgenen Unbewussten unserer frühen Kindheit gibt es noch manches andere Unbewusste. Ein Beispiel dafür sind automatisierte Verhaltensweisen. Wie oft habe ich mich schon darüber gewundert, wie ich im volltrunkenen Zustand einen kilometerlangen Heimweg nach Hause gehen konnte und sicher anlangte, obwohl ich mich an keinen Moment dieses Nachhause Gehens mehr erinnern kann. Und wie finden meine Finger in eben diesem Moment, wo ich diesen Satz schreibe, in Zehntelsekundenschnelle die Tasten der Tastatur? Fragte mich jemand, die Tastatur verdeckt zu zeichnen, würde ich wahrscheinlich kaum eine Taste richtig beschriften. Meine Finger wissen ganz augenscheinlich mehr als ich. Nicht zu vergessen sind auch all die Dinge, die ich erlebt habe und anschließend vergessen, die mir aber durch irgendeinen Auslöser nach sehr langer Zeit wieder einfallen können, obwohl sie meinem Bewusstsein in der Zwischenzeit gar nicht zur Hand waren. Ein sehr typisches Beispiel dafür sind unter anderem Gerüche, die die Macht haben, eine ganze Kette von vergessen geglaubten Bildern ins Bewusstsein zurückzubringen. Trägt man alledem Rechnung, so muss man zugeben, dass Freud sehr weitgehend Recht hatte. Das meiste, was in unserem Gehirn abläuft, geschieht unbewusst und dieses Unbewusste hat einen gewaltigen Einfluss auf uns. Man kann sogar sagen, dass unbewusste Wahrnehmungen der Regelfall sind und die Bewussten, die uns natürlich besonders wichtig sind, die Ausnahme. Denn nur woran der assoziative Kortex beteiligt ist, kann uns bewusst werden. Bezeichnenderweise ist er dabei durchaus auf die Mithilfe des Unbewussten angewiesen. Wie im vorangegangenen Kapitel gezeigt, sind die Gefühle der Klebstoff, der uns zusammenhält. Ohne die unbewussten Impulse aus dem limbischen System hat der assoziative Kortex gar keinen Stoff, den aufnehmen, reflektieren, abwägen und ausdrücken kann. Er wäre eine Hochleistungsmaschine, die keinen Strom hätte und nichts zu tun. Das Unbewusste kontrolliert unser Bewusstsein damit sehr viel stärker als umgekehrt. In unserer persönlichen Entwicklung ist es vor dem Bewusstsein entstanden und es hat uns geprägt, lange bevor unser Bewusstsein nach und nach erwachte. Die Summe unserer unbewussten Erlebnisse und Fähigkeiten, das Unterbewusstsein ist eine gewaltige Macht, auf die wir nur sehr schwer gezielt einwirken können. Das Geläufigste, was wir dazu benutzen, um an unser Unterbewusstsein heranzukommen, ist fremde Hilfe, mithin also eine Therapie. Hirnforscher träumen heute von einer neurowissenschaftlich fundierten Psychoanalyse. Im Jahr 1979 hatte der weltberühmte Gedächtnisforscher Eric Kandel das ehrgeizige Programm formuliert. Das Ziel ist eine Fusion beider Disziplinen. Doch für die Psychoanalyse lesen sich Kandels Vorschläge zur neuen Wissenschaftlichkeit wie eine asketische Abmagerungskur. Keine Spekulationen mehr, keine waghalsigen Begriffe, keine Illusionen darüber, geistige und körperliche Krankheiten mit psychoanalytischen Mitteln zu heilen. Dagegen setzt er empirische Forschung, Statistik, strenge Erfolgskontrolle und den Einsatz von Hirnscans wie die Kernspintomographie, um die Leistungen der Therapie anhand einzelner Hirnregionen zu überprüfen. Die Erforschung des Unbewussten mit experimentellen Methoden der Hirnforschung hat gerade gerade erst begonnen. Das Unbewusste, ein Stiefkind der Philosophie, das erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts allmählich ernst genommen wurde, ist heute das wohl wichtigste Forschungsfeld auf dem Weg zur wissenschaftlichen Selbsterkenntnis des Menschen. Die biologisch informierte Erkenntnistheorie sieht den Menschen also doppelt begrenzt. Durch seine Sinne, mit den typischen Fähigkeiten, aber auch ebenso durch die typischen Grenzen des Primatengehirns, Kapitel 1 bis 4. Und zweitens durch die Grenze zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Der Einblick ins Unbewusste, das den weitaus größten Teil unserer Erfahrungen und auch unserer Persönlichkeit ausmacht, ist uns weitgehend versperrt. Bevor wir uns im zweiten Teil des Buches an die Fragen unseres Verhaltens Heranwagen, fehlt uns noch ein Aspekt, über den wir uns vergewissern sollten, zumal er bislang immer stillschweigend vorausgesetzt wurde. Es ist das Erinnern. Was ist unsere Erinnerung und wie funktioniert sie? Kapitel 9 Da war doch was. Was ist das Gedächtnis? Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schreibt mir doch gerne in den Kommentaren, wie euch dieses Kapitel gefallen hat. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal.